Ich sitze so auf so einem komischen Nups hier, aber so ist es gut. Das ist sehr gut, sei froh, sei froh, sei froh, dass du... Der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du Mädel hast oder auch kein, amüsierst du dich, weiter kann es nicht. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, wär noch niemals ein Blau-Ski-Ger-Nach, einen Reeperbahn-Bummel-Gemal, ist ein armer Hecht, denn er kennt es nicht. Mein Sankt Maulie, Sankt Maulie, Beinah. Und da sieht man, wer war textsicher, Peter? Ich nicht. Nicht der Bayer. Aber ich komme ja aus Bayer. Schwade und Bayer. Ja, super. Benni, er hatte nun bei Talk.dot, meine sehr verehrten Damen. Wir freuen uns.